So meine herzlichen Glückwunsch mal hier. Sind sie mit weh? Ja, geht so, ne? So, ganz langsam zum Eingewöhn in die ersten Sagan. So, jetzt haben wir los, nehmen wir den Fuß vor den Rang, zurückgehen wir aufs Gas hier. Jetzt warten wir an. Jetzt haben wir los hier, abwarten, Lady und ho! Weiter, weiter, immer weiter! 24 Meter über vier hier, das gefällt. So, mal die kurze Gesichtskontrolle, wie sieht's aus hier, alles okay? Ja, sieht ja noch aus, ne? Machen wir noch eines. Die holen wir noch mal Schwung. Zweite Runde hier, drehen wir die Kissen aber auf, halten die Brille fest hier. Und jetzt legen wir los. Kommen wir zum Finale hier in der Läden, Läden, Läden! Nichts! Ja, wir wollen die Brille feste. Also was wir noch das? Wir nehmen den Kurs von der Genre ein. Vielen Dank.